Ah, ein bisschen Spiritualität in der Wissenschaft, ja. Hallo und herzlich willkommen hier in meinem TikTok-Kanal. Schön, dass du hier eingeschaltet hast. Heute haben wir das Thema die heilige Geometrie. Anhand durch mathematische bestimmte Faktoren, die wir natürlich hier experimentiv darstellen können, dass wir erkennen können, dass nämlich der Hexagramm sowie auch der Pentagramm eigentlich normalerweise nicht satanistisch ist, sondern dass es aus einem bestimmten energetischen Feld entspricht, nämlich durch einen Magnetfeld, durch einen Gravitationskörper. Wichtig ist nur, dass wir immer die Kreise vor den Augen halten und dass wir auch die entsprechenden Entwicklungen der geometrischen Objekte, die durch diesen entsprechenden Kreisen entstehen oder durch diesen entsprechenden Magnetfeld entstehen, dass daraus bestimmte energetische Frequenzen entstehen. Und ja, aber die Physiker können sehr wohl beweisen, dass es tatsächlich was Göttliches existiert im Universum und das verrate ich euch, inwieweit man das erkennen kann. Viel Spaß beim Zugucken und holt euer Popcorn raus, euer Cola und lasst es euch gut gehen. Bis dann! Hallo meine Lieben, ich möchte euch gerne was zum Thema heilige Geometrie zeigen. Warum kann auch Mathematik heilig sein? Das wollen wir jetzt gleich mal uns mal etwas näher erörtern. Ich habe hier eine sehr spezielle Schablone, wo drei Zackräder aufzufinden sind, die sehr einer Fibonacci-Sequenz ziemlich halt ähneln. Wie ein Schneckenhaus fast schon. Und ist ja alles kreisförmig, ne? Sehr, sehr interessant. Ich will mal mit euch zusammen ein Experiment machen. Ich habe zum Beispiel hier zwei offene Ringe und drei kleine Zackräder in drei verschiedenen Größen. Wir beginnen einfach mal hier mit dem ersten. Bin mal gespannt, was daraus wird. Das ist jetzt interessant, da entwickelt sich jetzt nichts mehr großartig, sondern wir haben eine blumenähnliche Struktur. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und ja, hier wollen wir mal gucken, was jetzt noch passiert, wenn ich mal ein paar weitere Punkte weiter im Voraus gehen sollte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mal schauen, was jetzt passieren wird. Wow! Was sehen meine Augen denn hier? Das ist sehr, sehr interessant. Und zwar sehen wir hier einen pentagrammförmigen Stern. Den tue ich jetzt aber hier mal rot markieren. Dann könnt ihr erstmal genauer halt sehen. Schon sehr merkwürdig, ne? Also, das Stück hier nennt sich Pentagramm. In einigen Ländern würde man es mit Doppel-M schreiben, in manchen mit einem N. und der innere Teil, wartet mal kurz, ich tue es mal mal grün markieren, ist, oder wird als Pentagon genannt. Pen-ta-gon. Nur anhand durch diese Kreise. Und da ist ja nichts anderes außer nur Kreise. Und es ist fast so wie Schnecken-förmig. Wollen wir mal gucken, dass wir jetzt halt mal eine Zahnrad-Kleinerer nehmen. Gehen mal ein Stück mal nach unten. Wir beginnen auch mit der ersten Stufe. Mal gucken, was rauskommt. Also, ich habe jetzt einen kleinen Unfall gehabt, so schlimm ist es aber trotzdem nicht. Man könnte fast schon sagen, wir nähern uns der Blume des Lebens schon, eigentlich, ne? Und hier haben wir eine Struktur, die fast wie ein Auge aussieht. In einigen Religionen und Mythologien werden immer mal solche Symbole dargestellt, dass halt das Gottesauge sogar genannt wird, wie zum Beispiel im alten Ägypten, den man den Horus sogar nennt. Warum? Weil es hier ein besonderer Energiepol existiert, der im Grunde genommen göttlich ist. Ein Energiepol. In der Physik und in der Mathematik, gerade in der Physik, in der Quantenmechanik, wird das halt auch als dann Vortex genannt. Wie zum Beispiel bei einer Galaxie. Die Galaxie, weil die ist ja auch sehr galaxieförmig, wenn wir das uns hier genau betrachten. So ähnlich ist auch unsere Galaxie gebaut. In der Mitte entsteht eine Energiefrequenz. Und diese Energiefrequenz wird auch als Vortex genannt. Gerade in der Gravitation oder bei einem Magnetfeld. So ähnlich ist es auch hier strukturiert. Einfach mal drumherum zirkuliert diese entsprechende Energie. Und so ähnlich ist es auch hier so zu erkennen. Wie bei einem Magnetfeld. Wollen wir mal weitermachen. Und zwar mit dem kleinen Rad. Was passiert, wenn ich diesen Kreisloch benutze? Aha, ein Dreieck. Also nur ein Dreieck. Also ein Tetraeder. Gehe ich mal runter mit dem kleinen. Gehe mal eins, zwei, drei, vier, fünf. Bohrlöcher weiter entfernt. Und tue auch nochmal markieren. Also bleibe ich nämlich auch bei dem Tetraeder zwar stehen. Aber in der Kante haben wir eine kleine Rundung. Würde ich jetzt diesen entsprechenden Rad nehmen. Und mit den gleichen Bohrlochungen von diesen entsprechenden Formen benutzen. Und zwar beginne ich mal mit dem großen hier. Wo wir mit dem hier schon den Pentagramm herausgefunden haben. Möchte ich gerne nochmal mit dem hier. Aber mit dieser Seite weitermachen. Um herauszufinden, was hier kommen wird. Ich beginne mit dem Bohrloch Nummer eins. Das ist aber schon ziemlich interessant. Ich höre jetzt mal kurz mal auf. Das erinnert mich an irgendetwas. An was denn? Also nur drei. Ein Tetraeder, sprich ein Dreieck, ist ja auch dreikantig. Nicht vier, sondern drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ein Tetraeder schon wieder zu sehen. Seht ihr das? Ein Dreieck, wie eine Pyramide. Und dann doch nicht, ne? Wollen wir mal weitermachen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde mal sagen, ich nehme mal den hier. Wow, woher kennen wir dieses Symbol? Kennen wir in den Kirchen an den Fenstern? Meine Lieben, an den Fenstern. Das ist interessant. Auch in einigen okkulten Kreisen wird das auch gerne angewendet. Wieder an dieser entsprechenden Musterung. Aber immer mit einem Dreieck, also Tetraeder. Wir müssen fachlich, Fachbegriffe anwenden. Ja, ist auch ganz wichtig. Die Trinität. Einige kennen das halt auch so. Von ungefähr. Ach, das würde ich Kauderwelsch malen. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich jetzt noch hinkriegen würde. Warte mal, hier ist die Eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Mach mal die Zehn. Alles ist eine Frequenz. Physik trifft Mathematik und Mathematik wird zu einer Art Religion. Das ist eine Frequenz. Und dann kann ich mich über die Zehn ausprobieren. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da.